Wir schauen uns an das Video von Inscope21, einfach keine Antwort, einfach huge Donowall bekommen, let's go! Oh, das ist für, äh, das ist für, um seine Bitcoins zu saven, ne? Das ist so eine externe Wallet. Ja, ja, das ist, das ist für seine huge Bitcoins. Ich bin informiert, Chat, ich hab Ahnung von Krypto, hallo! Ja, true! Oh, oh! Ich nehm den Schatz! Ja, ich meine... Über 5 Taus... ...200 Silver in 60 Ländern, davon mehr als 220 in Deutschland. Na? Wonach klingt das für dich? Ich weiß es nicht, sag es mir. ...irgendwie bereits vermutet. Ja. ...Hashtag adi. ...was sollen wir mit ihm tun? Verstehe. Ich würde sagen, wir scheißen auf diesen Trottel. Keine Aufzeichnung von Nutzerdaten. Guuuut. Du kannst 6 Geräte gleichzeitig verbinden. Ja, Mann, Alter! Endlich! Einfach den Standort ändern und in anderen Ländern auf andere Sender zugreifen. RTL auf koreanisch? Reden wir! Ja, perfekt. Ich bin immer gewollt. ...erhalten Sie mehr Anonymität. Bei Schwingen anonymit. Halten Sie sich! Danke für deine bittliche Darstellung. Fest zu einem Zwei-Jahres-Paket gibt es ein Ein-Monats-Paket und ein Geschenk obendrauf. Das muss gerade ein Scherz sein oder ist es im Prinzip wie ein Sechser im Lotto? Es ist wie ein Sechser im Lotto. Das dachte ich mir. NordVPN.com slash inscope21 Wo ist mein Scherz geil? Danke für deinen Sub! Abonnier auch du jetzt bei Jiga! Es gibt mittlerweile verschiedene Highlights von Rivi von... Aber ich habe mittlerweile den neuesten Trend von Rivi entdeckt und zwar... Ich bin nicht dabei. Ich wurde gefragt, ob ich kann. Durch Podcast-Aufnahme, Operation kann ich halt in den Zeitraum nicht. Ich habe halt gefragt, ob irgendwann anders möglich ist. Seit gewissen Tagen ist halt dann auch die Prio nicht mehr bei dem Homie. Das ist nicht schlimm, weil auf die Frage von mir, ob wir auch mal anders gehen können, kam keine Antwort. Ja, Sascha! Ich bin sehr, sehr amüsant von dir, dass du mich judge, dass ich dir nicht antworte. Du aber dein Homies genauso nicht antwortest, Sascha! Niko wird ein Minimum genau so viel Spaß haben mit Alexa wie mit mir. Alexa wird bei uns im Skiausflug leider nicht dabei sein, aber Sascha, ich freue mich mit dir nach dem Zimmer. Wie sie einfach sich gegenseitig tun wollen, oh mein Gott. So schön. Moment mal ganz kurz. Perfekt. Immer diese, immer diese Männer und Frauen, die ihre Freunde vernachlässigen aufgrund vom Partner. Oh, 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 oh. Jo, Digga, das wärst du an wie Chimpf, Bruder! Ah! Jo! Chat, ich mag ASMR, aber ich mag normales ASMR, so Tapping, Scratching. Wie soll ihre Schnauze halten, wenn die ASMR macht und vor allem nichts essen? Ich muss euch eine Sache verkünden. Ich hab schon mit Alexa über einen geraumeren Zeitraum darüber gesprochen, was sie denn so in ihrer weiteren Laufbahn machen will. Das ist ja ekelhaft. Dann ist sie ein bisschen gequatscht über Twitch und auch über YouTube. Dann ist sie zum Entschluss gekommen, sie würde das ganz gerne mal ausprobieren. Oh! Und jetzt dürft ihr raten, in welchem Segment. Oh! Oh! Boah! Jo! Ich hab aus Versehen mein Arschloch gezeigt. Ich hab mich umgedreht und auf einmal hab ich gemerkt, dass ich keine Hose anhatte. Hab mich so gebückt, da hinten lag was auf dem Boden und ich drehe mich so um und alle konnten reingucken ins Loch. Was? Ich persönlich freue mich immer wieder, wenn ich auf Madeira unterwegs bin, mich umgucke und plötzlich in Fenstern diverse Arschlöcher zu betrachten. So hat man damals Onlyfans gemacht. Warum hab ich immer solche hübschen Freundinnen? Geld! Kohle! Gold! Zasta! Die Bienen! Die hübschesten Bienen suchen sich die hübschesten Blumen! Ich persönlich finde, und das hat immer noch im Livestream von uns gesehen, dass Jens ein super attraktiver, junger Typ ist, der sich einfach gesundheitlich fit hält und gerne regelmäßig zum Sport... Jens! Oh, megadö! Das Ergebnis von 3 plus 2 mal 2 ist... Okay. Man muss Punkt vor Strich, deswegen 2 mal 2 ist 4. 4, 5, 6, 7, 7. Neun. Ja, Bouget Teacher und Schatz, schieß doch gut. Nein, leider nicht. Ne, leider nicht. Ne, warte mal ganz kurz, das wär doch 12, oder? 3 plus 2, oh nein, ich hab 3 plus 3. Das waren die Clips! Das waren die Episode! Ja, aber du darfst trotzdem nicht 3 plus 2 rechnen, weil Punkt vor Strich. Das ist ja noch dümmer, was er danach gesagt hat. So bad! So pisst euch! Alter, war gut! Ah, okay. Ja, gut, tschüss. Der kam random noch zum Schluss. Ich dachte, das Video wär fertig, perfekt. Ähm, ja, gut! Gutes Video, äh, I enjoyed my stay. War lustig. War lustig. War gut, war gut. Und 3 plus 3 mal 2 sind auch keine 9. Ne, es sind 7. Baruch! khi bis zu vuinen